Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe in Video bei Wannhoffs Wunderbarer Welt der Wissenschaft. Der Grund ist, ich stehe gerade in Bac Leo, das ist im Süden Vietnams im Mekong-Delta und das hinter mir, das ist sozusagen das Mekong-Delta. Was ich hier sehe, das sind Mangroven. Und die Mangroven sind hier ziemlich wichtig, weil sie schützen eigentlich die Küste vor dem da. Und das da, das ist das Meer. Und das Meer, das kommt hier rein. Und die Mangroven, die sollen eigentlich dafür sorgen, dass es eben nicht zu weit ins Land geht und vor allem gegen die Erosion schützen. Das Problem ist nur, hier werden durchaus einige Regionen abgeholt. Unter anderen für Projekte wie dieses, das ist ein Tourismusprojekt. Oh, das wird eng. Und die kriegen dann Eis geliefert. Ja, und was wir hier sehen ist oder nicht sehen, sind eigentlich die Mangroven, die schon weg sind. Hier wird nämlich einiges nicht nur abgeholzt, sondern die Erosion, die greift immer weiter ins Land ein. Und das bedeutet, es gibt immer weniger Mangrovenwälder, die wiederum vor weiterer Erosion schützen können. Ein tödlicher Kreislauf sozusagen. Was auch noch passiert ist, dass dadurch immer mehr Salzwasser ins Mekong-Delta kommt und mittlerweile große Flächen hier schon versalzen sind. 100.000 Hektar dieses Jahr konnten nicht mehr mit Reis bepflanzt werden. Die Versalzung ist ein ganz großes Problem. Und wenn man jetzt überlegt, was ein Zentimeter Meeresspiegelanstieg schon bedeuten könnte, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass hier diese Gegend vom Klimawandel betroffen sein wird. Und in der Tat, das ist eine der Gegenden, die am stärksten nach Bangladesch vom Klimawandel betroffen sein werden. Es ist eigentlich eine sehr schöne Gegend hier. Und da unten kann man viele Krabben sehen und es ist sogar ein Vogelpark. Aber die Frage ist, wie lange das noch sein wird. Gründlich gibt es viele. Es ist eben der Meeresspiegelanstieg, das Wasser, was hier reindrückt durch den Klimawandel. Aber es sind natürlich auch die Küstenregionen, die von Schrimp- und Fischfarmen immer mehr die werden dadurch fallen, um den Leuten auch klarzumachen, dass sie das auch besser überlegen sollten, was sie da tun oder ob es da andere Möglichkeiten gibt. Unter anderem auch Schrimpfadern zu unterstützen, etwas nachhaltiger zu produzieren und auch mit den Regionen. Tschüss aus Parklio.